Aber zum Tanz in den Mai, da brauchen wir natürlich auch ein kleines, kühles Getränk in der Hand. Guck mal, wie viel Lebensfreude sie hat. Ich kann es mir richtig vorstellen. Guten Morgen, Björn. Sehr schön, dass du bei uns bist. Mal wieder mit ein paar guten Getränken für uns. Die Bohle, das ist ja so der Klassiker zum 1. Mai. Die Mai-Bohle. Die kann man aber auch ein bisschen schicker machen, die Mai-Bohle, oder? Du hast dir zwei Optionen mitgebracht. Genau, also einmal die alkoholfreie Variante und einmal eine alkoholische Variante. In beiden ist sowohl als auch alkoholfreier Sekt drin, als auch Rosé-Sekt. Dann haben wir hier noch Rosé-Weißwein mit bei. In beiden Varianten haben wir ein bisschen Cranberry-Saft bei und natürlich frisch eingelegte Früchte. Aber hier, das sind ja so gefrorene Früchte einfach, oder? Absolut, absolut. Das finde ich ja ganz praktisch. Kann man einfach so eine Packung reinkippen. Ja, na klar, weil es ist so für die Kids oder so, ist es immer so ein kleines Mundspiel, könnte man ja salopp ausdrücken, dass sie da dann einfach noch ein bisschen mehr von dieser Bohle haben. Also ob die Kids jetzt auch den alkoholfreien Sekt mögen, weil der schmeckt ja trotzdem so ein bisschen wie Sekt, oder? Also zumindest wünschen das sich die Erwachsenen. Ja, aber so ist es nicht. Also es wird ja meistens aus Früchten produziert. Von dem her schmeckt man das eigentlich nicht so. Ich lass einfach mal meinen Sohn probieren. Mal gucken, ob das hier, mein Schätzchen. Und? Nee, es schmeckt tatsächlich mehr wie ein Fruchtsaft. Ah, das finde ich gut, das finde ich gut. Sehr gut. Bohle allgemein ist eben was sehr Feines. Die Rezepte finden Sie natürlich auf unserer Website und können sich dann dieses Wochenende noch ein wenig versüßen. Aki, unser Kameramann, sagte eben, Bohle ist absolut unterschätzt. Weil es schmeckt halt gut, man hat frische Früchte dabei, alle haben Freude. Wir machen aber heute den Sommercocktail 2023. Ist das so, dass da jedes Jahr ein Getränk richtig offiziell gewählt wird zum Getränk des Jahres? Also genau weiß ich es nicht. Mit Sicherheit gibt es die Deutsche Bartender Union, die mit Sicherheit dort immer jedes Jahr einen eigenen Cocktail rausbringt. Oder Umfragen erstellt, wo man natürlich dann sagt, ey ja, es gibt halt den und den Cocktail oder das und das, das Sommergetränk. Aber davon weiß ich so aktuell nichts. Ich richte mich ja immer danach so, was ich so in den Caterings oder so habe, wonach es den Gästen beliebt oder was ich dann halt mal so ein bisschen ausprobiere, damit am Ende gesehen ich dann auch mal ein paar neue Sachen testen kann. Ja, und es gibt ja doch immer so Trends. Obwohl ich das Gefühl habe, der Trend Weißweinschorle, der hält sich relativ hartnäckig. Absolut. Im Hause Merkau. Was ist denn hier heute so der Drink, den du uns präsentierst? Was kommt rein? Okay, also wir nehmen einen kubanischen Rum, der ist sieben Jahre lang gereift worden. Der ist halt sehr voluminös. Ja, Rum klingt aber gleich sehr hart. Ja, das muss eigentlich gar nicht so sein. Das hängt natürlich auch immer vom Mischverhältnis ab. Aber einfach, dass man jedem mal zeigt, auch das Rum halt wirklich mehr ist, außer nur Rum Cola. Ja, das kennt man eben, ja, das stimmt. Und dazu gibt es eine White Peach Limonade, die ist ja relativ neu erst auf dem Markt. Dazu gibt es ein bisschen frischen Limettensaft und Angostura Bitter. Da muss man natürlich, also muss man da immer auf die Markenprodukte zurückgreifen? Kann man auch. Es gibt aktuell nur diese Limonade von einem Hersteller. Das ist dann sehr besonders. Es riecht natürlich super lecker und schon sehr süß. Das ist auch eine gute Mischung, so ein bisschen diese härteren Getränke mal mit was Süßem zu kombinieren. Absolut. Ich erinnere mich da an einen, man darf das ja alles nicht sagen, weil das sind ja alles irgendwelche Marken. Sag es. Hier, wie heißt der von Johnny Walker, der mit auch dem Ginger Ale zusammen. Das hat man gerne getrunken. Ja, nee, das ist ja kein Whisky von Johnny Walker, sondern das ist, ist das Whisky? Hennessy. Hennessy. Ist es Hennessy? Nee, Hennessy ist ein Konrad. Henny and Ginger Ale habe ich mal getrunken. Das war eine gute Mischung, also besser als man denkt. Na gut. Oh, ich klecker hier, Entschuldigung. Also Rum, wir haben diesen Peach, diese Peach Limonade da drin. Genau. Was hast du, achso, damit hast du abgemessen. Ich habe es abgemessen, genau. Da kann man doch einfach mal so ein bisschen frei nach Schnauze rein. Was ist das? Das ist Angostura Bitter, das ist ein Cocktail Bitter, der wirkt halt ein bisschen aromatischer. Hat man jetzt aber nicht so klassisch zu Hause, oder? Das kriegst du in jedem handelsüblichen Supermarkt. Sehr gut. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das irgendwie kompliziert wäre, das einzukaufen. Muss man jetzt nicht machen. Ich finde es ganz schön, weil es einfach noch so einen kleinen Extrakick gibt. Das macht das Ganze noch so ein bisschen. Das sind viele Kräuter mit eingearbeitet worden in den Angostura Bitter. Das ist ursprünglich mal eine Medizin gewesen, von dem her. Oder es wurde als Medizin verwendet. Das macht es den ganzen Drink noch ein bisschen angenehmer. Es sieht natürlich immer gleich hübsch aus, wenn man dann noch ein klein wenig Pfirsich mit reinschnippelt. Absolut. Es sieht halt sehr frisch aus, auch mit diesen runden Eiswürfeln. Das finde ich irgendwie eine coole Sache. Kann man ja zu Hause auch nachmachen. Absolut. Ich mache gleich was Besonderes vor. Ich mache gleich was Besonderes vor. Ne, dann probierst du jetzt mal. Soll ich jetzt hier mal? Ist der mit Umdrehung jetzt? Ja, mit ordentlich Umdrehung. Und bei so einem Wumms, da habe ich ja ein bisschen Angst. Aber er sieht schon mal sehr schick aus. Und ich finde, er sieht nach Frühjahr aus, nach Frühsommer. Ja, den gleichen kann man halt auch in einem Weißweinglas machen. Dann nimmt man halt ein Wumms. Es ist ein bisschen der Mai-Thai, als ich neunten war. So fühlt es sich ein bisschen an. Jetzt möchte ich aber sagen, dass diese alkoholfreie Bohle sensationell schmeckt. Die ist wirklich sensationell. Allein die Idee, das mit gefrorenen Früchten zu machen. Also das sind ja die banalen Ideen oft. Aber der knallt schon. Also das wäre für mich jetzt eher ein Abendgetränk, muss ich sagen. Die Bohle hingegen mit dem Rosé-Wein, mein absoluter Favorite, liebe ich. Ab 11.30 Uhr. Ja. Oder? Fühlt sich schon so ein bisschen kloppig an. Björn, ich danke dir sehr für dieses... Aber sehr, sehr lecker. Oh, jetzt machst du es nochmal in einem schicken Glas. Was ist das jetzt hier? Genau, der ist ja für den lauen Sommerabend, also zur Mittagszeit. Du musst ja nicht ganz so viel rumverwenden. Du kannst ja auch etwas weniger verwenden. Dann hast du ja ein etwas besseres Gefühl. Dann kannst du vielleicht auch zwei davon trinken. Das ist super. Und dann geht es auch schon ab 9.27 Uhr. Vielen Dank. Immer gern. Alle Rezepte online und die sind wirklich unendlich lecker. Wir verteilen die Bohle gleich hier. Den Rest namens Lukas wie immer mit nach Hause. Ist da jetzt ein bisschen Zitrone drin? Ähm, ja. Frischer Limettensaft. Mh. Das ist gut. Frischen Limettensaft mit dazu. Das finde ich natürlich klasse. Das macht es ein bisschen frischer. Ja, genau. Tatsächlich ist es jetzt. Und allein optisch, Björn, nochmal vielen Dank, allein optisch immer wieder genusslich hier zu haben. Danke, immer gerne. Und die Deko erst. Mh. Mh.